Also, ich muss mal gucken, ob dann der Giselle einfach auftaucht oder ob die dann immer noch da, äh, oder was sie dann so tut, ne. Ah, okay. Jetzt hab ich hier wieder die, diese Einblendung, das ich jetzt noch, äh, muss ich nachher noch machen. Wollte ich ja eigentlich gestern oder so machen, aber, äh, ja, ne. Wurde mir aber nicht mal angezeigt. Mr. Arms! Histic! State your purpose, quickly! We are aware. And it is dire. But of late we've been distracted. Perhaps the news you bring will change the Inquisitor of Wargaz's mind. Seek the Inquisitor within. Step lightly, Histic. He's not known for his lenience. Die töte ich nachher eh alle. Also, sie greifen hier später eh an. Oh. I heard they're making us join the patrols here. What if they don't find the weapon? Do we even know it? An istic? But, but you can't be here. I can't be seen with you. Did you cry? Quani-Rell? The Inquisition had more to worry about, than who you talked to in the corridors. Zudem hab ich sie angesprochen, ne? See? I told you. Nothing to worry about. She's in her quarters. Through those doors. Da sind ja noch Kinder, ne? This imposing portrait depicts a powerful Yankee warrior. Undeniably regal in Hermine. In the corner of the painting is a small symbol you can't quite place. You'll remember seeing this symbol in a book about the denizens of the astral plane. It appears to be a depiction of a comet. Oh, okay. Just as you find your flow, you slip. Oh, yeah okay, no? No, im Machen. Perhaps you should leave before someone notices. What is this? Ach, die Krankenstation. Was haben die damit erschlagen? Was ist da drin? Was ist da drin? Not now, Kachucki! We're busy! Haha, wouldn't you like to know? Oh! The Istik wants to play! What do you say, Rajak? Shall we play with the Istik? Yeah! Let's play! You lose, Kachucki! Go play by yourself! I don't have to play with the Maid Shant. I don't have to play with the Maid Shant. Wow! 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 Wann-e achten wir? Wann needs to? Wanns? 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 Ach ne, Grimischka ist da drin. Ach, weil die Spiegelbilder haben. Ne, das hebe ich mir auf. Was? Jetzt kommen jetzt mal die ganzen Dings dran. Die ganzen Fianke dran. Ich würde das Ding töten, bevor hier die... Genau, bevor die alle dran kommen. Da habe ich eine von oben gefangen, ne? Ja, in den Ring. Okay. Das ist ein seltsames Zeichen, das stimmt. Ich will jetzt erstmal zur Händlerin gehen. Ja, ich habe sie doch angesprochen. Frag ich sie mal. Hä, ich habe doch gar nichts gemacht. Ich weiß gar nicht, was sie von mir will. Also bitte. Ja. Steht da ungefähr ein GI, ne? Ich weiß, was muss ich dann die Tür zumachen. Ich weiß, was muss ich dann die Tür zumachen. Ich weiß, was meine Instruktionen ist klar. Weil... Weil sie nicht so gut machen. Sie tun sich so. Sie tun sich so. Das ist schrecklich. Oder für... Ich weiß, was ihr... Es scheint, dass ihr Kind, das zu spät, ist ein Zuschauer. Sie kämpft wieder. Das ist nur die Tür. Und das ist nur die Tür. Jetzt gegen den Jungen zu kämpfen, lasst den Jungen zufrieden, ihr habt den Euren Punkt gegeben. Oh, 21. Ich weiß nicht, finde diese Gefianke immer so abgehoben, so schlimm. Ist die Geist wahrscheinlich Außenseite oder sowas, ne? Oh. Da ist die Rune. Krippe, Ilek. Skwar? Ist da keine odiöse Substanz, die nicht auf dieser Deliverie geblieben ist? Ich habe gehört, dieses Flugzeug war schrecklich. Aber ich glaube, es wäre nicht so, dass es so sein würde. So, Ebene geben, sonst wäre er ausgleichlich hier. Die meisten Metallen hier fallen wie Istik, sehr wie Istik selbst. Aber wenn du so kalt bist, um ihre Verwürden zu bestellen, kannst du entsprechend bezahlen. Hexenbrecher, gegen Kreaturen, die sich konzentrieren im Vorteil. Oh. Ah, Messer des Unterbergkönigs. Echt? Was kaufe ich hier aus Arian? Die Geschicklichkeit. Ah, Waghalsigkeit. Die sind auch nice. Und die Stiefelkohle, ich glaube ich mal auch. Ja, Temporal Trefferpunkt, ja. So, und. Heiliger. Den Hiebstich und Wuchtschaden um 1. Scheitert einer seiner Angriffe, bewirkset dennoch viel Wuchtschaden. Du bist eigentlich ganz gut. Den gebe ich, kann ich doch links eigentlich. Rüstungsklasse, bis dahin. Holy shit, so viel. So viel Zeug hab ich nicht mal, dass ich das verkaufen kann. Okay. So viel Zeug. So viel Zeug. Was ist dann? Was kostet denn davon am wenigsten? Ich glaube die Stiefel noch. Jetzt muss ich erstmal gucken, dass ich hier die ganzen Bücher nochmal durchgucke. Nicht, dass ich da irgendwas übersehen hätte. Dann kann ich zumindest die Bücher verkaufen, die Briefe weiß ich jetzt noch nicht. Das ist aber glaube ich auch nichts wert, ne? Ich weiß auch nicht, was dieses Goblin Gemälde eigentlich bringt, ne? Und die ganzen Bücher und so, die biegen ja. Ja, handeln wir. Ich will jetzt einfach ein paar Bücher verkaufen. Und wenn ich trotzdem die unmöglichen Abenteuer von Schlag mich tot habe. Schöpfchen der Wahrheit. Dann weiß ich ja alles noch. Schöpfchen der Wahrheit. Was ist die Drückung und Phone? Ich will also drücken und boh.. Wo ist die Drückung und Phone? Also drücken und boh.. Herzlich komm, bitte tue ich das auch verkaufen. Also, die Mistenfalls brauche ich ja nicht, also eigentlich nicht, ne. So, ne, du bist doch ein bisschen Gold noch, ähm, was habe ich denn sonst noch an Zeug, Ceremoniestreitkolben verkauf ich mal, wieso denn der absoluten brauche ich auch nicht mehr. Dann nehme ich doch die Handschuhe, und was verkaufe ich denn noch, der Amulett, der Perlen macht, äh, ne, der Perlen, der macht, behalte ich. Der Sterne, das werde ich jetzt auch erstmal, die Ölflaschen, auch weg. Hier sind noch zwei Gold von mir, Schattenherz, hat ein paar Sachen, die Kiste verkaufen wir natürlich nicht, die ist wichtig, da müssen wir Schattenherz dann später reinstecken. Ach, den ganzen Shot, da verkaufe ich jetzt auf jeden Fall mal, ich schwere, bloß die Gläfe, äh, behalte ich, die ist noch wichtig, die wird noch wichtig sein. Äh, jetzt kaufe ich mir hier den Verteidigerfliegel, den kriegt er ein Schattenherz, dann kann sie auch hier den, eigentlich kann sie hier den Fliegel von Genugoo eigentlich auch gleich verkaufen. So, na. Dann kann die noch was drauflegen, ich schau schon. Da kann ich auch Fliegel. Das ist eins Waffe. Der war zwar plus zwei, aber der, äh, ding ist besser. Also, allein schon, weil er ein, das eine AC gibt. Jetzt hier Schaden verringert und, ja. Dann bewirkt er dennoch einen Wuchtschaden. Ah, okay, das geht dann, da geht die Stärke noch mit drauf, und da sie echt keine Stärke hat, äh. Ja, ich schmelde, wenn er hier vier Stärke, äh, oder will er hier vier Damage machen. Wenn er vier Stärke hat. Oh, was, Willnen Fisch im Inventar. Hier, Hund, der Eisband. Ah, sein, ehemals cooler Hut, den er mal aufhatte. Komischer Westernhut, den ich ihm gegeben habe. Das Giffyanki-Armbrust, leichte Armbrust. Will, kann auch seine Trage noch. Also, die ist besser als die. Weg damit. Giffyanki-Geroßschwert, weg damit. Die Spinnenseidenrüstung, die ist eigentlich auch nicht, äh, brauche ich auch nicht mehr. Unsichtbare Bedrohung. Die Waffe ist unsichtbar, solange sie geführt wird, scheitert ein Angriffswurf mit ihr, so ver... Wie ist diese Eigenschaft für zwei Runden? Wow. What the fuck? Okay, was brauche ich sowas? Der hat einen Drang zur überlegenen Heilung, aber hat dafür keine... Äh, keine anderen. Egal. Drang der höchsten Heilung. Den nehmen wir doch mal. Okay, ist ein bisschen random, dass sie den hat, aber... Also, die würde den gegen mich einsetzen, wenn ich gegen die Kämpfe, ne? Du kannst du töten, Wasser töten, das Untoten töten... Das ist Harald. Ah, ja. Ey, brauche ich hier nicht, ich habe ja da eine andere Anbrust, ja. Das ist Langbogen-Taste 1, ja. Sieht so schick aus, ne? Tauschen. Ach, nichts, jetzt habe ich hier... Ach, Karl hat eh nichts im Inventar, also... 10-D4. Das schicke ich mal ins Lager... Die würde ich sagen, kriegt mal schmälern hier, der kann das dann auch verteilen. Ist, was da noch vor... Oh... Ich weiß mich immer, nicht bereit. Alles ist ja gut. Pläts und leid, immer beim Schock. Da, 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 da... Ich frage mich, was der nächste Schritt ist. hey zum kopf wird auf 18 erhöht bereits darüber so hat die verzauberung keine wirkung angreifen im vorteil wenn er von zwei oder mehr gegnern umzingelt da hat sie keiner ist die männer die hat doch hier eigentlich wir können und ja nicht viel die handschuhe ist geschlosspang wenn du die einzelnen hat eigentlich aber wie sie hat ultra leicht zu treffen ich lasse es mal so was haben wir noch konzentriert keine träger ein spurt oder ein ne die ist diese kacke die kommen ins lager ein bonus von plus 1 auf zauberangriff zu werfen das kriegt halt jetzt will dieses geschosswagens keine ahnung die hebe ich mal auf die gebe ich irgendjemand anderen weil ich krieg ja noch leute dazu und die können dann das zeug dann wenigstens benutzen die fäden muss dann durch die auch mal soja dass wir eben als fokussierte sachen kishigo das sind so spezielle sachen weiß ich nicht diadem hat irgendjemand einen kopf dann gebe ich das diadem mit sengender strahl doch einfach mal karlach die doch ganz schick aus man kann sich auch auf entfernung was machen bevor sie rage aber ich glaube ich war die die lebens oder jetzt werde ich mal sicher von boah auf was wünsche ich auch mal ins lager dann gehe ich jetzt zum lager und hole mir jetzt noch meinen ganzen scheiß aus den kisten raus damit mache ich jetzt den normalen scheiß erstmal okay es will ich komplett überladen haben hat er nach jetzt nein ich will noch das messer haben wie kriegst es meinen ganzen anderen rot jeden fall aber wunderbar und haben wir aber ist egal Nur saubere Sachen Ah, warte, jetzt wollte ich noch gucken Was hat sie sonst noch im Inventar Das macht ja nicht Oh, das kann was Was kann denn das? Rasiermesserorgan Schwinge deine Waffe in den Wirbelsturm aus Stahl Der allen Gegnern reich wird Rasiermesser scharf, einen Schaden zu fügt Okay Wappnen Das ist das Ergebnis, okay Also quasi ein Vorteil eigentlich Fall der Transposition Das ist das Stimmen Das hat eigentlich ziemlich gut, ne? Danach kriegt das Sie hat aber 13 Cons Ich hab jetzt Ach, holy shit Ich könnte jetzt eigentlich Oh Mist, den Titanseenbogen hab ich jetzt weggetan Der ist in der Kiste Weil dann kann ich eigentlich hier die Dings nehmen Also ich kann hier, ne? Den Herald Den kann ich jetzt eigentlich wegtun Weil dann krieg ich ja plus 8 Eigentlich durch den Dingens, ne? Durch den Titanseenbogen Dann geb ich irgendjemand anders hier den Herald Weil ich brauch so jemanden wie Astarian zum Beispiel den nicht geben Also den Bogen Ich hab wirklich Schaden in Höhe deines Stärkenmodifikators Ja 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 Danke Zusätzlich Also es bedeutet eigentlich Ich guck mal, wie viel Damage ich damit anrollen kann, ne? Äh Wer hat denn eigentlich Ach komm, ich geb sie jetzt einfach Ich geb dir mal Kader Well, well, well Let's march Komm An Madame 14 AC Sie will nicht mit mir reden, okay So I see they're letting even Is Leave me alone The watch Should not be interrupted Was ich am überlegen bin Ob ich die Handschuhe der Geschicklichkeit Jetzt nicht einfach Ansonsten Wer Karlach damit hat Weitaus mehr hat Damit hast du die 17 AC Hast du die 1 AC mehr erst vorher Und krieg'n Bonus von Plus 1 auf Angreifen Und ich bin ja sowieso mal vorne Da drüben gehst du zum Inquisitor Ich will aber noch nicht zum Inquisitor gehen Ich will erstmal zum Dingens gehen Zu dem Ähm Zu Krankenstation Irgendwann gespeichert Vertical incision From pineal eye to end of notochord Intestinal coloration consistent with samples 231 to 259 Do you have a question Or are you just going to stand there gawking Nothing your kind is capable of understanding The better question is What brings an istic to my infirmary? You must be desperate To seek my aid Tell me How long have you been infected? Fascinating So you're conscious of your infection But showing no signs of cerebral impairment Either your tadpole is special Or you are We must find out which Go to the safe isk I will ensure you're cured The apparatus at the top of those stairs Quickly now Time is of the essence The device is strange Made of taut flesh And pockmarked metal It waits for something You feel your parasites stare Do not fear My experience in operating this machine Is unparalleled There is nothing on any plane stronger than Osathis for curing unwanted afflictions I don't like the look of this thing Its cure could be a metal bolt Punch through your skull Okay More than ceramorphosis Wow Thank you Probably shafty safe Your body grows cold Its warmth sapped by the cold metal seat The machine awakens You must focus on the parasite at all times The zeithisk Will do the rest Layers of magic weave themselves tightly around your head The tadpole squirms and contracts It's trying to hide You realize the device is hunting your parasite But it's doing so blindly Without direction Your faculties could be permanently damaged Your skull groan and bends under the pressure Then Agony I can see you Through waves of torment You search for the parasite's lurking presence The device searches too Who sends its hunger Its craving It wants the tadpole But maybe something more Das ist es. Ignorre das Schmerz. Den Tadpole. Den Tadpole. Den Tadpole. Den Tadpole. Den Tadpole. Den Tadpole. Den Tadpole ist bereit, um dich zu töten zu töten. Geh raus! Der Parasite schlägt deeper, schlägt seine Teile in dein Gehirn's exposed tissue. Es schlägt schlägt. Du fühlst dich selbst weg, während der Parasite nur noch stärker wird. Es schlägt. Es schlägt. Oh shit. Es schlägt. Es schlägt. Es schlägt. Es schlägt. auf der Maschine. Die beiden Forces füge violently zusammen, Ihr brain, ihr conduit. Ihr Körper und Mind drift apart. Ihr seid unendet. Enough! The room swims back into focus. Your Mind ist fractured, but intact. Inside it, the Tadpole lives on. And you feel different. No! No! The Zadisk! What have you done? My life's work gone! And yet you live. And so does your parasite. Her voice cuts with a fanatical edge. An obsession bordering on mania. If there's a chance the parasite lives, she wants it. Ah. 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 Dann all this destruction was a symptom of its power. Incredible. I am disappointed that we could not extract it alive. It would have been an exceptional specimen. In any case, your problem is resolved. Leave me. I must salvage what I can. Incredible. Your parasite is even stronger now. Okay, I have something to get. I have something to get. Okay. 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 Okay, I'm ready to enter here. Okay. Okay. Vielen Dank. Okay. Esto hat regular samurai, nice Nummer 1. ach komm ich mache das für die anderen sachen muss er noch mal zurückgehen ich gehe dann eh noch mal hier zurück und dann werde ich ja da muss ich wahrscheinlich gegen die anderen kämpfen find the Astral Prism Therizin my patience falters yes Chirai you heard him go do as she says she remains your kithrak for now so if she keeps making me eat armor I'm going on hunger strike an istick in my creche you are one of the mercenaries sent to bring the weapon don't tell her anything the inquisitor on what grounds we have all the proof we need and it has not moved his resolve we know infected flock to moonrise towers I reported the gathering masses back to tunerath in response they sent an inquisitor instead of ordering an assault we were told to join in this mad hunt for an ancient relic meanwhile illithid sickness spreads right in front of us I do not know this hunt is the inquisitors folly not mine it is small angular metal adorned with tier soo script stolen by true soul heretics you sense shadow hearts worry this weapon sounds like the artifact you carry what was that look you know something do you have it oh nice show 20 then stop wasting my time istick you are one of the mercenaries we engaged are you not a fortune in gold vouched for by our queen herself I have business to attend to return with the weapon or do not return at all I presume you are not stupid enough to return empty-handed so give me the weapon I'll gladly see you you are not stupid woop also eigentlich wollte ich das jetzt nicht machen, ne? aber... wenn das halt so das Ding jetzt ist, ne? na komm ach komm Dullock Dullock Ah Gott Ah, die hat es geschafft Bist dabei, wenn ihr tot seid Ah, misst Melancholización What the fuck Really Er hat eine 98%ige Chance Wer schafft das noch nicht Waffe am Boden, ach Mist Ah, okay Okay Ah 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 Ach Gott, jetzt haben die auch noch vor. Und was kriege ich denn das weg? Oh, fun. Oh, fun. Really? Oh. 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 und wirft möchte rüfe karlach muss jetzt das neue schwert auf die stelle ausdruck komm ja genau hat schon schon melanie hat das schwert habe ich nicht irgendwie nicht wenn halt aber noch ich habe ein halt tragen sie kann ich aber nicht werfen schocken kraft der fucking hund wolf Ich sehe noch einen Ragemaner. Okay, jetzt müssen wir noch ein Kampf machen. Oh, Bane. Hörlisch Review. So, jetzt ist hier jemand im Vorteil. Ich finde das, was jetzt gerade passiert ist nicht so cool. Ja, natürlich kann sie das parryen. Critical Hit. Jetzt ist er schon wieder tot. Ah, ne. Stimmt. schmeldern hier ist er tot da bringt er nicht mehr auf etwas zu werfen ja, dieser Wolf ist einfach von einer anderen Welt wahrscheinlich haben die jetzt eigentlich alle dieselben Anzahl an Erfahrungspunkten? Ja also ich glaube nach dem Kampf muss ich es wieder in den Longrest machen also ich muss schon sagen es ist schon schwieriger dass ich mit Yannick gespielt habe einfacher aber wir waren ja auch ein Level glaube ich mal höher also wir waren nicht Level 6 sondern ich meine wir waren dann Level 7 Wulski-Fjanki-Armbrust ist denn das Teil forschen, dann ist er da ist er Defender of the people can't give up now Hahahaha es ist dancht halt einfach aber sie hat auch dieses ultra krasse Schwerth oder Monowskurs bei den Initiativen Würfel Burrock hat heute wahrscheinlich jetzt die ganze Dings geschlachtet da Wurde ich mal Sichtkontakt kürzen, Sünderer Oh ne, der ist ja tot, äh, noch nicht tot Der ist ja tot Okay Oh, es ist du Make haste, we have business to conduct Oh, es ist du Oh 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 Ich bin bereit. Willhard hat keine Space-Lots mehr. Ich bin bereit. 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 Ich habe den Rettungsdruck geschaffen. Ich nehme noch so viel. Nice, die wurden weggeworfen. Nicht anstrengend. Jetzt ist jetzt schon eine Konzentration darauf. So, Ruhe geht jetzt noch da oben. Dann schalten wir mal die da aus. Ach Mist, hat er seine Konzentration verloren, ne? Scheiße. Er kann keinen Hexen mehr casten. Nice, jetzt ist der schon mal weg. Ich muss mal mehr meine Heidrecke benutzen. Er macht das schon wieder auf sie. Ich glaube, du kannst mich aufnehmen. Ja. Ja. Ah, die lebt noch. Der springt runter. Kommt, Körlöck. Kommt, Körlöck. Nice. Grit. Ich habe die Schussgeister nicht mehr, aber sie kann jetzt noch mal. Boom. Nice. Der eine ist da oben. Du schreibst das Geschichte. Du schreibst das Geschichte. Ach, der wohl doch nicht so ganz, ne? Jetzt geht auf der Will an. Nein. Jetzt macht er das auf alle. Nein. Jetzt geht auch hier die Gedanken, die Verbindung. Komm, Spiritual Weapon. Ja, doch nicht. Ich bin nicht so stark, ne? Das ist ein Schicksal, das irgendwie immer passieren muss. Jetzt ist der wenigstens tot. Komm, Körlöck. Noch ein Haltrang. Dann rennst du dem Typ rüber. So. Boom. Oh, much. Oh, much. Ah ok Nannannannannann? also jetzt tot Oh mehrktor? Das wohl schon wiederum chính die ещё zu lassen B identifier zur fleischung und von hinten mit kardag Inquisitor Wargaz was potent. We are impressed. Oh, Flakith kommt trotzdem. So nicht feuchend war. Höflich winken. Ich habe es nicht gestohlen. Es hat mich gefunden. Ich habe es nicht gestohlen. Es hat mich gefunden. Aber bist du Freund oder bist du Thief? Ich habe es nicht gestohlen. Es hat mich gefunden. Ich habe es nicht gestohlen. Es ist meine. Ich habe es nicht gestohlen. Wir werden Sie testen. Ich habe es nicht gestohlen. Wenn Sie es nicht gewaltt haben, oder schulden. Die Präzina Astral. Die Präzina ist schulden. Es ist schulden. Es ist jemanden in der Mitte. Sie sind schulden. Sie sind schulden. Sie sind ein Agenten des Großes Designs. Sie haben die Präzina abzucht. Sie sind die Präzina Astral. Unsere letzte Befänge gegen den Reaktion des Älithischen Empires. Sie sind einiger, der wenn sie hier leben. Sie sind die Präzina kompromisiert. Findet den im im hinteren Körper und töre sie. Sie ist schulden. Sie sind nicht selbst. Sie sind, und werden Sie auf Ihr Trust aufgefallen. Sie sind nicht für die Verk aceitiert. Sie müssen Sie erhalten. Verwalt es. Verk気�. Und wissen meine Fräume. Missed. You wish to see Godhood, I wish you to end. Whoops. Muss ich den Kampf nochmal machen, fuck. Wenn, dann tue ich mich dieses Mal aber auch ein bisschen besser präsentieren. Ready and keeping pace. What's the story? Don't be shy, if you insist. Blackiv's power is endless. Her patience is not. Approach. I won't ask again. Interesting. You have up to the weapon. Don't do it. The weapon is how I protect you. Imagine everything rendered uncertain. Don't give it to him. Then you're. Okay. Oh. Nice. I don't know if you will have to go later. Okay, let's go away. ist das schiff von den jetzt aber keiner in der irgendwie recht nah dreiflich damage holy shit ja die versuchte auch schatten hat anzugreifen einmal pro lange rast okay das ist in ordnung und erweckt es brauche wer war wenn wir schon mal sagt da kommt blessing neben wohl jetzt nicht grün im sonntrank ich muss den da töten aber sie kann bloß maximal 30 damage machen hat einen rettungswurf geschafft das ist 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 Fuck, da war der psychic damage natürlich jetzt. No time to waste. Ah, die ist halt fast tot. Ach Mist. Eine Bonusaktion. Fuck. God, it's hot in here. Close ranks. Okay. Okay. Jetzt wird es langsam ein bisschen schwierig. Natürlich kann er das parieren. Das steht da komplett außer Frage. Ähm, okay. 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 Sie hat noch eine Dings-Attack. Damit geht es jetzt aber auch wieder. Eine Bonusaktion nimmt sie noch einen. Will. Will. Dann ist eigentlich auch bloß einen Trank konsumieren, ne? Kann er mit seiner Bonusaktion leider nicht machen. Ich gehe da drüben. Und eventuell. Ob sie tun will. Okay. Ich werde ein bisschen schneller nie wiederbeleben, ne? Ja. 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 Ich gebe mirі. Das ist nervig. Und er hat auch andere Freunden wiederbe 1968 DVD oder schwachen. Da. Wolfe hm linee. Ah, puh. Ah, fuck. Der war schlau. Ich schubte ihn einfach ruhig weg. Oh, fuck. Really? So wenigstens tot. Irgendwie, das ist so eine Materialschlacht gerade. Holy shit. Ich weiß gar nicht, wen hatten wir denn beim letzten Mal, wen hatten wir dabei gehabt? Na gut, Janik hatte Layser dabei gehabt und er war ja auch noch dabei. Und die haben den Typen ja komplett gebullied, wobei er ja auch ein paar weniger Lebenspunkte hatte. Und er nicht gleich die Move gemacht hat. Okay, jetzt die Konzentration, wer endet. Äh. Wollen wir noch wen heilen. Ich glaube, ich bin nicht schlecht. Ja, wärme wohl. Jetzt ist Will tot. Nein, ich lade das nochmal neu. Der erste Kampf hat mir besser gefallen. Also der ist halt jetzt absolut weird. Der sollte sich aber erstmal noch vorher nochmal heilen. Habe ich eigentlich so Sachen wie Blitz oder sowas als Driftrolle? Blitz wäre actually nicht schlecht. Habe ich hier einen Rucksack eigentlich gemacht? Ne, habe ich nicht. Sonst würde ich mir Steril in Steam. Die würde ich aber vielleicht auch einfach umskillen auf Ranger Gloomstalker. Ich würde aber vielleicht auch so was wie, ähm, Frank-Dick schön so einen Haste Potion mal benutzen, ne? Muss ich gar nicht noch gerade wirklich schwören. Ich habe ein paar Fähigkeiten, die ich nutzen könnte. Ich habe das mit einem Haste. Ich habe das nicht. Achtung. Einige von Ihr Species sagen, dass es Fähigkeiten ist. Wir haben einen Interesse in euch, aber wir haben das. Und es dann zurückgeguckt. Das ist eine S-S-S-s-. Ich habe das nicht. Dann bist du ein... Oh, das ist ein Spinner-Melevent. Keine Ahnung, dass er ihn zurückkommt. Nee, er lebt noch. Ah, den Rettung so oft geschafft. Okay, ich war noch ein zweierer Zorn. Oder zumindest zwei Stufen Zorn. Ah, ja gut, das hilft hier nichts. Ah. Oh, das ist ein größeres Feld, das gefällt mir. Komm, ich bin gleich abgecastert. Nice. Ich glaube, die Spiritual Weapon mache ich jetzt nicht, weil die bringt mir aktuell auch irgendwie gar nichts. Aber doch, eigentlich könnte ich die jetzt hierhin blasten und dann könnte sie den Bogenschützentypen töten. Oder so ein bisschen Armbrüste. Schmellernick tötet jetzt einen von denen, also holy shit. Let's get this over with. Ich meinte extra nochmal. Damit er dead ist. So, jetzt nehmen wir nochmal eine Haste Potion. Und dann noch einen Angriff auf den. Weil die psychisch zerfleischen kann halt so stark sein. Holy shit. So. Er hat zwar nicht mehr genügend Reichweite, aber... Wir machen jetzt einen Schenkelschuss. Oh. Er kann gar kein Ding machen mit der... Okay. Aber wir nehmen jetzt einen Pfeil. Ne. 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 arsch in die es mehr greifen das erst mal mal maledictus okay auch keine konzentration gehabt also ist es nicht wirklich schön ich wusste dass sowas kommt aber ich wollte einfach trotzdem machen komm ich mir dann hier angriff du hast jetzt zweimal zwei aktionen ok du kennst du und er kann halt auch nicht parry junge halter krasser kritischer treffer holy shit gratsch komm Ja Mist Junge Und jetzt Kala Komm, schieß Schieß den da weg Komm, wir winken wieder höflich Komm, ich will das jetzt nochmal versuchen Ich will wissen, was passiert, wenn ich das schaffe Ich kann sie nicht töten Ihr seid Verwirrt, Schlaggiff Ihnen nur die Gerechtigkeit, keine tyrannischen Gottwahl Jetzt wird die erstmal gelootet, ne? Die Gerechtigkeit, keine tyrannischen Rache Ein Wurf verursacht hat 1D4 Gefährdgehalten, zu dem man Wunschung plus Einsatz, Rettungskurve, Intelligenz und Charisma Okay Stimmt, jetzt ist er lethargisch Die Arkanen Synergien Bewirkser, erhältst du 2 Runden lang Arkanen Synergie Was macht das nochmal? Waffenangriff bewirken zu den Schaden in Höhe des Zauberwirkenden Angriffsmodifikators der betroffenen Kreatur Okay Nehmen natürlich alles mal mit Der Hautreißer Die kann ich tun Oh Ah, das ist gut Was macht das? Was macht das? Okay. Okay. Was machen die Handschuhe hier eigentlich? Die Streitlustigen... Ah, okay. Also danach brauche ich jetzt auf jeden Fall ne Rast. Ich hab einfach alles rausgeballert noch. Daugerstiefel. Oh. Da sind gerade nicht zu stürzen und damit auch nicht zu siegen. Lathander bids the setting sun a fond farewell. Lathander blesses the rising bountiful sun. Habe ich noch Ölflaschen? Wird zurück in eine organische Gestalt. Ich glaube ich noch jemanden der Grease hat. Habe ich hier einmal hier... Wo ist hier Grease? Ja. Ich mach aber zuerst das eine Ding, weil ich komme ja da wieder raus. Also wieder oben raus. Wenn ich jetzt hier was mit ihrem Blut von der Thunder mache. Ja. Ich hab mir immer einen Kanalisierung, konzentrieren auf ein慢慢. Wie wirkt Waffenangriff, das ist frisch. Ich habe das muchísigen Schaden. Ja. Ob sowas immer gut ist weiß ich nicht. Seid nicht. Do it! Heat pulses out of the astral prism as it begins to flower. Your mind burns hot with excitement. It's been a long time for now. I'm not sure what this thing is being found. Naja, es ist ja hier... Ähm... Dingens, wie heißt es nochmal? Ja, die Astral Ebene. Sie sollen mit dem Gelenkologen kommen. Ein göttliches Miasma. Was würde die Hand von wollen hier? Mit den übergroßen Ringen. Also soviel ich weiß, kann man den Emperor nicht töten. Zumindest jetzt noch nicht. Weiß nicht, ob das später geht. Schade, in spite of all my warnings. Disappointing. Komm, wir sprechen in private. Just the two of us. Suit yourself. But only the leader of your group is coming in. I will not allow anyone else. Go on. I'll keep watching. I may have made a mistake, trusting you. I told you to stay away from the Githyanki, but you just couldn't help yourself. Äh, ich muss sie alle töten. Die sind ja alle böse. Die sind ja alle böse. Okay. Und schlag auf, seit ihr Agenten des großen Plans in die Schichten. Die sind ja alle böse. Wenn du es tun würdest, könntest du stärker sein als das versuchen. Ich glaube, ich kann dich nicht beurteilen. Du bist durch den Tadpole und denkst du, dass ich dich verletzt habe. Sehr gut. Seh für dich selbst. Ein Palast von Memorien öffnet dich, separiert in einem Segment. In einem Segment, du siehst. Die Wahrheit, genau wie die Figur sagte. Sie hat deine Leben geschaut. Die Githyanki hat keine Intention für dich überlebt. Und ich hatte keine Intention für dich überlebt. Und jetzt, dass du die Wahrheit wissen, was du tun? Dass ich euch nicht töten würde, ich stehe da auf. Dass ich euch selbst töten würde. Lass mich rein. Was? Es scheint, dass ich richtig verletzt habe, dass ich dir in dich verletzt habe. Danke. 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 Das Budget. Das ist bestimmt möglich nicht. izada Was ist da passiert? Ich bin glücklich, dass du zu deinen Szenen gekommen bist. Jetzt, weg, bevor die anderen für uns kommen. Oh, wer doch nicht so gut dabei. Ich gehe halt einfach darunter. Oh, cool, ich kann jetzt Lager gehen. Dann gehe ich zum Lager oder was? Ist das einfach? Oder will von denen einer mit mir reden? Ich glaube nicht, oder? Ob ich die Konzentration jetzt verloren habe oder nicht, ist mir echt egal. Oh, ist ein Junge. Stimmt, ich kann es nicht verstehen. Ich kann ihn ja nicht mehr verstehen. Ich habe ja keine Getränke mehr dafür. Oh, nein. Oh, nein. Ich habe ja einen Stuttgart auf dem Schlag. Ich habe keinen Fall. Ich habe ja nicht mehr einen Stuttgart, der schluss auf dem Schlag. Ich habe ja einen Schlag, der schluss auf den Schlag. Das kleine Schlauch ist ziemlich trotisch. Das ist immer noch nicht zu. Ich habe mich gefühlt, wenn du dich am Schlauch auf dem Schlag aber rutscht. Aber von denen will jetzt keiner mit mir reden, ne? Ich habe nicht wirklich einen Gesprächsbedarf. Wo ist denn der? Da oben ist er. Da oben da oben. Der ist so süß. Awww. Das ist so süß. Das ist so süß. Das ist so süß. Ich sollte so was Kardach machen lassen wenn dann, ne? Seht ihr jetzt mehr Schicklichkeit Auch nicht Damn it Vielleicht sollte ich Eftarion mit reinnehmen Kraft Still alive So that's progress Time to press ahead Okay 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 Habe ich da eigentlich noch was in meiner Kiste eigentlich Ich meine mich erinnern zu können, dass ich da noch was in meiner Kiste habe Äh Ne Wurde ich so danach aus Okay 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 Let's dash for the exit Lest we suffer the full extent of Lakith's fury Are you sure Are you sure And Okay 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 All I wanted was to get a worm out of my head I didn't sign up for dimensional travel All the murderers give Boah ich hoffe dass das mal weg geht Ja ne Von geschwächter Weisheit Oder muss ich da irgendwie was remove curse oder Ich meine so was habe ich noch nicht How delicious Oh stimmt ja Ach ich wollte mit ihm einen Shurkipp gehen Ja So sprüge ich Wobei ich wollte mit ihm glaube ich mal den Dieb machen Damit er mehr Dingens hat Ich muss den Assassinen machen damit der Scher dran kommt Ich bin noch nicht am Zugang im Vorteil Ich würde das anders spielen Das ist halt ganz gut ne Ach komm ich kriege den wieder in der Fässern Ich kann ja noch umskillen wenn ich will Ja Ich sollte ja das erste mal finden Ja Ja Achso er hat hier Ich habe ihm hier den Kampf mit zwei Waffen gegeben Ja Kampf mit zwei Waffen Ahja Oh bitte ist er echt praktisch Muss ich mal gucken Muss ich mal gucken wie ich Wie genau ich jetzt Terran jetzt in diesem Run eigentlich bauen will Was habe ich denn noch für Ringe eigentlich Was habe ich denn noch für Ringe eigentlich Elementaren Steigerung Blitz, Feuer, Kälte, Säure oder Schallschaden bewirken Auf Frieden Äh Auf Frieden Äh Zauberwirkung, Modifikator Ist halt ganz gut ne Zum Beispiel Bernstein Da ist die Noges Zuhause Auf Frieden Puede Ich werde Du Ach, shit. Stimmt, aber hier habe ich ja auch den coolen Umhang nicht nur. Oh, shit. Oh, shit. At least things have stayed interesting. Never a dull moment. These boots have seen everything. So, wo habe ich denn das Wappen? Hmm. Hmm. Canste ab, wenn ich da meinst? Oh, shit. Okay. Okay. Umm- Nice. was ist denn? äh, immer vor lange Rasterheilze 2 zurückbeinde und Treffpunkte auf 0 verringert werden verbinde innerhalb von 9 erhalten äh, spendehalte geschicht in einem Radius von 6 Metern im Kampf mit Unheuerlter und Untote die sich im Licht befinden blind, sofern sie keine Konstitutionsretung durch den Blust 3 Sonnenstrahl hervorrufen holy shit auch wenn ich erst den Pflegegeleger gekauft habe ähm das ist ein Ultrastark Schweden ok 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 wieder normalerweise nicht das Tor auf oder muss ich da noch irgendwas anderes machen? ja oh ja 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 mal gucken wie viel ich von den äh wie viel XP die ganzen Giffyanki dann bringen wenn die dann alle sterben ich muss ja eh noch das Ei holen also das ja ja ich Oh. 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 Ein Kripp, yey! Noch ein Kripp? Das war jetzt eigentlich nicht on purpose, aber okay. Wasser am Boden. Junge, das sind schon wieder die, die so unfair oft angreifen können. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Okay. BOOM! BOOM! Oh, er liegt in Blut, okay. Okay, so geht's auch. Oh, er liegt in Blut, okay. In Gift getaucht, in Gift getaucht, vom Karlack. Das war ein guter Crit. Und dem gegen den Kopf, der ist Bane. Geht sie direkt auf den Zug? Oh, ich bin nicht mehr auf dem Weg. 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 Ich muss ja auch noch eine Gefianke Armbrust geben. Die haben mich gerade so auseinandergenommen wieder. Aber gut, die hatten halt auch die bessere Position gehabt. Ich weiß auch nicht, warum die immer so viel Damage machen. Ich denke, wir haben unsere Willkommen in diesem Ort. Wenn wir überhaupt eine in diesem Ort haben, wenn wir eine in diesem Ort haben, haben wir wirklich einen- Ach. Das war's. um am russler keine energie ist keine munition Wie interessant. Ach, dann bin ich jetzt hier aber. Okay. Aber ich bin noch nicht fertig mit meinem Business. Da kommt noch ein bisschen was auf uns zu tun. Die muss ja unten auch erstmal looten, oder? Die Händlerin, was sagt denn die? Amulette ist Brandmarken. Das Brandmutter ist schwach. Ich bin ja nur dummer. Okay. 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 ich will dann vielleicht auch Zeug davon wieder in mein Ding tun in mein Lager Mist, ich wollte den Kampf jetzt gar nicht anfangen Ah, holy shit Oh, wie viele sind das? Oh, wei Das sind alles Krieger, ne? Einmal schmälern hier nicht ein Auf many targets, ne? Was haben wir denn noch so? Oh, cool All right, Karlak, it's go time Knees high Ready for this Also, das kann sie nur mit ihrer Waffe machen, ne? Tja, ihr müsst die Tür aufmachen, damit ihr was sehen könnt Oh, dann ein Strahl, okay Das hört sich auf einer Fähigkeit an Äh, die Yannick wahrscheinlich ein Von der ich mir vorstellen könnte, dass Yannick die wahrscheinlich nie so wirklich benutzt hat Komm runter Komm runter Komm halt einfach runter Ja, er sprintet Nice Mach da auch springen, warum machen die immer alle springen? Die machen auch die fucking Tür hat einfach nicht auf, ne? Da steht jetzt nicht ganz, aber... Hallo Ciao Ach, die kann die Tür aber jetzt aufmachen, ne? Ja 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 tja und wegen der magical darkness können die da nicht hingehen wir können die dazu zumindest nicht durchschießen und das wird jetzt auch ganz lustig leicht aufgeben würde ich eigentlich vermeiden waffe am boden alter wenn ich nicht so eine schwungattacke machen wenigstens deine tod der ist so stumpf der sagt wenigstens nichts mehr knaufschlag der in dran karlacht dran jimmy on the go vom herald hide your pain und 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 kippt mit acht der menschen mein anfangs so guter versuch hier so scheitert ich finde mich schade weiß ich jetzt erstmal du rennst voll rein den typen der böse liegen 16 damage was haben die denn da für damage dices what the fuck plus acht warum kriegt denn der da plus acht mit drauf stirbt du hast dich ja da hat man hohe ich sie wird aber es und enthalten nichts so lächerlich irgendwie der renn kam schon dran so so ich kämpfe jetzt dann wahrscheinlich demnächst gegen keine Gegner die ansatzweise so stark sind wie diese fucking gefilmt also eigentlich würde das eigentlich gut sein hatte ich nicht noch irgendwie trinket auf superior healing aber ich sehe jetzt keine die können halt jetzt auch alle nicht viel machen das ist halt auch das andere problem hat er nicht eingekauft irgendjemand hat auch eins von irgendeiner von denen hat auch einen gekauft werden alle weg sein hier haben wir wirklich healing war ja 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 Also nach dem Kampf kann ich auch gleich gefühlt wieder eine lange Rast machen. Das soll ich nur ein normalen Traum sein. Ich wenigstens eine Opportunity wenn die sich bewegen. Quickly. Mist. Oh wei kann er nicht irgendwas draufwerfen? Er hat doch noch eine Säurefiole ne? Das ist ja wenigstens tot. Das war jetzt wieder ein Abpack. Ich sag's euch. Wenn du mit einem Zauberig Scham bewölkst du hättest zwei Runden lang erkannt. Wenn du mit einem Zauberig schickst. 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 Damit du mit dem Zauberig schickst. Und du mit einem Zauberig schickst. Das ist eine Bindung. Da hätte ich sogar von der anderen Seite einfach reingehen können, ne? Indem ich sie gekillt hab. Naja. 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 da wäre es immer noch entworfen Auf dem Schwierigkeitsgrad sind die Gefühle eigentlich schon was anderes, aber zu. Ja, nur, oh, Ollenbeein, ne, das will ich nicht essen, wenn er irgendwas drei bringt, dann mischt der Kaffee, was passiert denn da, was? Oh, ach, die Stelle, die ist doch gar nicht so lang bei mir. Ja. Nichts. Both animals look fine. Ja. Ja. Boog! Schrauch, Schrauch! Scratch's tail wags furiously. These two have become firm friends. Nothing, both animals look fine watching you. Ah! Nice. Let's see if I go. Okay. Oh. Er braucht Stärke. Ein Heiltrank. Er ist immer noch da oben. Okay. Wer ist die dann schon mal nach unten? What to do? Und ja, ne? Wenn euch der Stream gefallen hat, lasst noch einen Follower da. Schaut euch auf YouTube vorbei. Da gibt's neue Videos. Und bis zum nächsten Mal. Bye. Bye. Bye.